Einen wunderschönen guten Morgen aus Berlin. Heute ist Dienstag, der 16.06.2020 um 8.03 Uhr und ich bin seit einer guten Stunde wach und werde jetzt gleich mal aufs Fahrrad steigen und zur Post fahren, denn ich habe ein paar Pakete wegzubringen, Tassen werden verschickt, ein paar Magneten sind auch dabei und auf Kleber und das mache ich jetzt gleich mal am frühen Morgen, da würde es noch nicht so voll sein bei der Post, wenn überhaupt. Und ja, dann radle ich kurz zum Potsdamer Platz und wieder zurück. Ja, wie geht es euch? Ich hoffe, ihr hattet eine gute Nacht. Bei mir war ein bisschen seltsam heute Nacht. Irgendwie um halb elf bin ich ins Bett und um halb zwölf bin ich wieder wach geworden und irgendwie hat draußen irgendjemand mit der Taschenlampe die ganze Zeit im Hof rumgeleuchtet und mir so dachte, hä, was ist denn jetzt los? Und guckst du raus, ja, da hängt einer scheinbar am Fenster und leuchtet, äh, nicht scheinbar, anscheinend, äh, und leuchtet durch die Gegend und denkst dir so, hä, was ist denn mit dir los? Und dann fängt er oben wieder an, irgendwas zu, mit Sandpapier abzureiben und denkst dir so, ey, es ist halb zwölf, Junge, kriegst du noch irgendwas mit? Und, ja, naja, was soll's, seltsame Leute wohnen hier, wer weiß, unter was für einem Einfluss der schon wieder stand, dass der dann irgendwie Freude daran empfand, in die Fenster der Nachbarn reinzuleuchten, ich hab keine Ahnung. Ja, äh, ansonsten hab ich ganz gut geschlafen, es ist nicht allzu heiß, äh, ich hab heute auch den Ventilator ausgelassen, äh, ja, man muss den ja nur nutzen, wenn's, äh, wirklich heiß ist und nicht, wenn's, äh, eigentlich angenehm war. Äh, jo, wir haben gestern Age of Empires gespielt, äh, Age of Empires 2 mit, äh, sechs oder sieben Leuten sogar, und es war ganz witzig, also, ja, ich hab mich an alte Zeiten erinnert gefühlt und, äh, mal gucken, ob wir das irgendwann in nächster Zeit wiederholen, wir schauen einfach mal. Und ich hab ein neues Spiel, äh, Among Trees, was es momentan nur im Epic Store gibt, äh, gekauft und angefangen zu spielen und das ist ganz nett, also ist schön gemacht und da werde ich mich, glaub ich, heute auch nochmal dran versuchen. Heute um 16 Uhr geht es dann los mit, äh, Darkest Dungeon, das ist der erste Stream diese Woche. Und, äh, ja, nachdem wir jetzt am Sonntag The Longing beendet haben, sind's nur noch, nur noch, vier Streams die Woche und nicht fünf. Äh, ich find das aber auch völlig in Ordnung und, äh, freu mich, wenn ihr heute Nachmittagabend wieder dabei seid. Von 16 bis 19 Uhr geht's ins Dungeon und wir gucken mal, dass wir vielleicht die Hexe heute erschlagen. Ich versuch's jedenfalls, ob's funktionieren wird, werden wir dann ja sehen. Ja, gut, dat ist es. Ich würd sagen, habt einen wunderschönen Dienstag, kommt gut durch den Tag. Ich schwinge mich jetzt, wie gesagt, kurz aufs Rad und, äh, radel mal, äh, zum Potsdamer Platz, zu einer Postannahmestelle, um ein paar Pakete wegzuschicken. Temperaturmäßig sind wir momentan bei 19 Grad und werden heute bis etwa 25 Grad steigen. Äh, also, eigentlich ein ganz angenehmer Tag. So, äh, wo geht's hier raus? Wo ist der Knopf? Da, stopp. Also, bis dann, bis später oder bis morgen beim nächsten täglichen Vlog. Tschüss.